...übergerne genutzt von unseren Gästen, weil hier ist ja relativ ruhig, du hast ja einen coolen Blick, wenn es relativ nicht so bombig ist, kann man sich hier zurückführen, die sind dann abends halb war und die sind quasi, sag ich mal, schon in einem Stichschutz, in ein stylisches Innere und Außen- und Rettungsland.